Guten Morgen, ich wollte euch mal die Realität zeigen nach einer Nacht mit einem Säugling, obwohl ich dabei sagen muss, dass ich so auch aussah, bevor wir ein Säugling hatten. Eigentlich würde ich noch schlafen. Die Morla schläft auch noch oben. Geweckt hat uns Smurfy, denn es ist jetzt immer schon so gegen 36 hell und dann wird er auch wach. Ja, dann sind wir wach. Alle außer Morla. Die liegt immer noch oben und schläft. Und das erste, was ich dann immer mache, wenn die wach, wenn die schläft noch und ich bin wach, dann gehe ich runter, schmeiße die Waschmaschine an mit Trockner, weil das Programm geht meistens 4-5 Stunden. Da ist das schon mal erledigt. Ich lade die Videos vom gestrigen Vlog auf den Laptop aufs Handy oder halt direkt vom Laptop aufs Handy, damit ich das Video gleich vorschneiden kann, wenn ich sie stille. Dann gehe ich, äh, dann mache ich Kaffee, ganz wichtig, damit das ein bisschen wacher wird alles hier. Und dann, wenn sie dann noch schläft, dann gehe ich sofort duschen und richte mich. Achso, ohne den Staubsauger mache ich einen Roboter, damit ihr den nicht hört im Vlog. Den habe ich jetzt noch ausgelassen, weil ich ja jetzt schon früh anfange für meine Verhältnisse zu vloggen. Ähm, genau, der stört in den Vlogs, das habe ich, glaube ich, gesagt. Und genau, dann fange ich an zu vloggen normal erst. Und dann sehe ich schon meistens etwas gerichteter aus. Meistens, nicht immer. Oh Mann, Leute. So, jetzt gibt es erstmal Käffchen hier mit Bernd. Bernd ist mit dem Smurfy raus, der hat einen Ball mitgenommen. Man kann ja richtig rennen, der Smurfy. Also, er kann auch so richtig rennen ohne Ball, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Heute ist die Laune etwas besser. Gestern war ja der schlechte Laune-Vlog. Obwohl ich eigentlich nicht gevloggt habe, wo wir schlechte Laune hatten, sondern eher so hinterher. Heute ist es bessere Laune. Aber wenn man... Egal, ich will mich nicht drüber rein... Also, reinreden, wieder on reinsteigen, dann kriege ich wieder schlechte Laune. So, ich fange jetzt hier mein Morgenprogramm an. Also, so sieht man aus mit einem Säugling, auch wenn sie gut schläft. Und ich melde mich gleich wieder. Wer hat denn da gerufen? Oder eher gesagt, wer ist wach? Rufen kann die Maus ja noch nicht. Jetzt. Ja. Hallo. Oh, wer ist denn da wach? Hallo. Guten Morgen. Hi, mein Sonnenschein. Hallo. Hast du gut geschlafen? Ja? Oh. Mein Schatzi. Guckst du noch ein bisschen aus dem Dachfenster? Ich habe gestern hier abends noch die Wäsche mit hochgenommen und nicht ausgeräumt. Und das darf ich dann jetzt eben tun. Tada. Der Inga Kron, ne? Oh, der Hahn kräht. Weißt du den Hahn? Ja? Der kräht schön, ne? Oh. Du kräht auch? Ja? Du kräht auch? Du kräht auch? Ja? Du kräht auch? Da haben wir den Zeug. Schatzi mal rein. Erstaubt die Leute. Alles gut. Alles gut! Ja, die Maus. Mernd ist auch da. Der macht den Shake. Und da ist er. So laut ist das hier morgen. Beim Frühstück. Ich habe die Kamera angemacht und zeig mal, wie laut das hier ist beim Frühstück. Das glaubt uns ja keiner. Unsere Milch, ja, der Smurphy sitzt da unten. Gesunde Milch. Gesunde Milch, ja, das stimmt. Daraus macht die Mama-Mutter-Milch. Der Eti sitzt da und wartet, der kriegt auch immer einen Schluck Shake morgens. Was gab's jetzt? Erdbeere. Das ist ein Gourmet, das Smurphy, ne? Das Smurphy ist ein Gourmet, ja. Habe ich heute zum ersten Mal ein normales Oberteil angezogen, also nicht ein Stilloberteil mit diesen Klickern hier. Und das ist schon ganz versaut jetzt. Und ich will gleich wieder umziehen. Kannst du schon trinken? Ne, ich trinke erstmal Kaffee aus. Ich wollte euch den einmal zeigen, weil manche kennen den noch nicht. Das ist unser Frühstücks-Shake. Den habe früher ich jeden Tag gemacht. Seitdem die Mauler da ist, macht der Bernd den jeden Tag. Seit 14 Jahren habe ich den gemacht. Seit 14 Jahren machst du den immer? Einmal hat Michaela den gemacht. Einmal habe ich den gemacht, ja. Jedenfalls ist das für den gesunden Start in den Tag. Da sind Leinsamen drin für Omega 3. Paranüsse für Selen. Und weil ich schon... Der Hosenstall von Bernd ist heute mal zu abwechslungsreicher Weise. Oder wie auch immer. Jedenfalls wurde ich oft nach diesem Rezept gefragt. Und das geheime Rezept habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Da steht das immer drin jetzt, weil ich danach wirklich oft gefragt wurde. Und wir trinken diesen Shake seit 4 Jahren morgens. 5 Jahre. Seitdem wir den Laden haben ungefähr. Und solange habe ich auch den Shaker... Ja hier, trink. Trink deine Impfung. Schluck-Impfung. Solange haben wir auch den Mixer schon tatsächlich. Der hält immer noch. Der ist auch unten verlengt. Den Krug haben wir einmal getauscht, weil der einmal kaputt gegangen ist. Der Krug. Das war vor 2 Jahren. Da haben wir den Krug getauscht. Zeig, wie du deine Schluck-Impfung schluckst. Es gibt übrigens bei uns immer 2 Liter Shake. Ja. Und der wird auch geteilt zwischen Smurphy und uns. Smurphy teilt die Teile schon weg. Ja. Und er sitzt jetzt hier und wartet auf sein fleischiges Frühstück. Na, Eti? Ja. Fein bist du. Der hat mich nicht hungrig gesagt. Nicht pein hungrig. Ja, wissen wir, dass du hungrig bist. Schaut mal, wie er da sitzt. Wie er Pfötchen am Fuß gibt. Awww. Gerade hat er sein Schnäuzchen auf Bernds Fuß abgelegt. Weil er erschöpft ist vom Warten. Eti. Bei Eti haben früher auch alle gemeckert, ne? Warum wir den Eti nennen. Jetzt ist es normal. Ja, mir ja jetzt auch. Die Morla ist die Morla und er ist der Eti. Mir irgendwann immer was zu meckern. Ja, das stimmt. Ich hab jetzt unser Sofa hier mal abgesaugt mit unserem Dyson V11. Der übrigens leer war, bevor ich angefangen habe. Und ich sauge jeden Tag dieses Sofa ab. Und schaut euch an, was da für ein Dreck rauskommt. Und du hast Spaß in deiner Wimpel? Ja? Ja? Was gluckst du hier? Hast du den Schluck auf? Oh. Du hast heute deinen neuen Hosenanzug an, ne? Ja. Ja, der steht hier gut. Bisschen groß noch. Der Body auch. In Größe 68. Bisschen groß. Aber wir mögen es gemütlich, ne? Wir mögen das gemütlich, sag mal. Ja. Ja. Du schaust zu, ne? So. Ich lass das direkt ausgezogenes Sofa, weil es ist Samstag und wir wollen chillen am Wochenende. Und das kann man am besten, wenn das so richtig schön groß ausgezogen ist. Jetzt haben wir ja für die Moller eine Decke mit Bezüge und Kissen bei Ikea geholt. Und ja, das ist jetzt auch immer hier. Einfach, weil es schön aussieht. Und wenn ich sie hier stille auf dem Sofa, dann decke ich sie damit zu. Das Kissen ist richtig fluffig. Wisst ihr, wer da gerne drauf fliegt? Das ist Murphy. So. Kommst du jetzt zu Mama hier aufs Sofa? Ja? Komm mal her. Guck mal, hier ist dein Kissen, ne? Was? Wo kommt das hin? Das kommt immer da hin, ne? Ja. Das kannst du dir schön anschauen. Ja, beim Stillen schaust du dir das immer an. Uh. Du. 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 Ja. Halt. Jetzt drehe ich dich um. Und dann sauge ich die andere Seite vom Wohnzimmer. Okay? Okay. Achtung. Du. 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 Da. Die Maus spielt da jetzt noch ein bisschen und strampelt. Ich habe schon das Tragetuch um, bereit sie da gleich rein zu stecken. Aber solange ich noch warte in Anführungsstrichen, dass sie da rein möchte, räume ich hier die Küche ein bisschen auf. Ich habe gerade gesehen, wir machen in der Spülmaschine immer hier diese, diese ganzen Gläser. Die werden hier immer gespült und dann fliegt das Papier da immer rum, ne? Das nervt ein bisschen. Aber ach, was soll man machen? So. Ich wollte gleich zum Bernd zur Arbeit laufen mit Smurfy und Bebeer. dann, ja, haben wir alle ein bisschen Auslauf und ein bisschen beim Bernd die Zeit verbringen, weil heute hat er keine Mittagspause. Es ist ja Samstag heute. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Da ist durchgehend geöffnet und er hat Reste heute Morgen schon mitgenommen. Lasagne und diesen Bohneneintopf. Dann essen wir da gleich zusammen Mittagessen. Alvino ist unterwegs. Von daher wird er heute kein Mittagessen hier mitessen. Ja, dann müssen wir nicht alleine essen, haben wir gedacht. Deswegen haben wir das so geplant. Ein bisschen Haushalt vorher machen. Mal gucken, wie weit ich komme. Gesundheit. Umso mehr haben wir dann vom Wochenende. So, die Deckel, da war ich immer hier. Wie süß die jetzt schon immer brabbelt und lacht. Die erzählt immer ihrem, was da oben hängt. Diesem Marienkäfer. Dieses Mobile, dem erzählt die immer ein. Das ist so süß. Oh, ist die nicht süß? Die ist mir jetzt beim Stillen eingeschlafen. Oh, die ist so süß. Ich habe jetzt gerade mit Bernd telefoniert. Der kommt gleich von der Arbeit. Und wir haben gesagt, wir machen uns jetzt Currywurst Pommes einfach. Da haben wir mal richtig Lust drauf. Da brauche ich wieder hier unsere Bratwurst. Und jetzt. Calvino ist noch nicht zu Hause. Das heißt, ich nutze Bernd und ich. Mache ich mal drei Stück. Voll Eis dran. Drei Stück. So. Dann teile ich mir das mit dem Bernd. Ich lege euch mal eben weg. So. Genau. Und hier habe ich noch die Fritteuse von der Lasagne. Ach, die Fritteuse. Die Auflaufform von der Lasagne. Hier. Die kann der Hund gleich mal schön ordentlich ausslecken. Der macht nämlich immer Vorspülprogramm. Oh. So. Der macht nämlich immer Vorspülprogramm. Meine Güte. Guck mal eben hier. Es ist praktischer, wenn man das einfach auflässt. So. Okay. Also. Einmal. Das ist irgendwie meine Würstchen-Auftauschüssel. Ne? Die habe ich immer. Die kennt ihr schon für die Würstchen. So. Okay. Haben wir das erledigt. Mein Akku ist gleich leer. Also. So. Ich bereite schon mal vor. Und zwar werde ich die Wurst einmal nur kurz anbraten. Weil die ist ja jetzt voll Tiefkühlwurst noch. Ich brate die einmal scharf an. Und dann mache ich die auf eins oder zwei. Mal gucken, dass sie so langsam vor sich hin brutzelt. Denn Bernd kommt jetzt gleich und wir haben beide mega Hunger. Das wird die Curry-Soße. So. Ich mache da jetzt ein bisschen Curry dran. Wasser habe ich auch ein bisschen reingemacht. Zum Ketchup. So. Ich habe mal in einer Pommesbude gearbeitet. Da haben die das so gemacht, die Soße. Die haben allerdings noch normalen Tomatenketchup mit reingemacht. Das mache ich nicht. So. Und die hatten nicht den Heeler-Gewürzketchup. Die hatten halt irgendein Gewürzketchup aus dem Eimer, aus dem Metro oder so. So. So viel Wasser bis die Konsistenz, die ihr haben möchtet. So. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen Wasser reinmachen. Zack. Ich habe übrigens Gesellschaft. Die Maus. Da bist du. Wach geworden, ne? Wenn man sie alleine liegen lässt, wacht sie meistens auf. So. Sie braucht die Mami noch, ne? Oder muss uns halt immer sehen, spüren. Ja. 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 Aber sag mal, ich habe auch drei Stunden geschlafen, ne? Irgendwann ist man ausgeschlafen. Ja. Habe ich noch gar nicht erzählt. Die Maus hat jetzt ihre Hände entdeckt, ne? Ja. Manchmal nimmst du die Hand im Mund und guckst sie dir an. Dann hält sie die so vor den Augen. Ja. Das ist total süß, ne? Hast du die entdeckt? Ja. Das ist schon spät. Wie spät haben wir eigentlich? Halb neun. Halb neun. Und wir haben schon fast Schlafenszeit. Bitte? Schon fast Schlafenszeit. Es gibt Eis, Schokoeis mit Sahne und Sauerkirschen und den Saft, den Saft von Sauerkirschen auch. Mhm. Und du? Spielst mit deiner Hand, ne? Mhm. Den guckst du immer an, ne? Ja? Ja? Ja. Ich guck die ganze Zeit Auswanderer und Bernd spielt so ein Spiel am Laptop. Und ich wollte mich jetzt eigentlich nur noch vom Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Und dann hier noch den Ändereraden auf der Zweedse sted war jetzt wieder etwas Pozyniset. Die полож�를 verabschieden wird gebrannt und dann eben auch trocken wird erst 부undensocken. Okay.